Querdenken heißt an der Quelle nachfragen, das heißt wir reden mit allen, auch die friedlich und gewaltfrei agieren und habe gesagt, will ich mich jetzt schon vom Kern von Querdenken ein Stück weit distanzieren, indem ich sage, ich habe jetzt Angst davor, das was andere dann darüber sagen, mich davon beeinflussen zu lassen. Und da habe ich gesagt, nein, das will ich nicht, das wäre ja der erste Moment, wo ich schon Querdenken aufweiche. Der erste Sündenfall sozusagen. Und wo ich mich auch von den Medien wieder beeinflussen lasse. Weil für mich war schon die, also es war für mich ein Mysterium, warum viele Teilnehmer, die auf den Demos waren, sich dann ja auch davon haben beeinflussen lassen, was über die Demos geschrieben wurde. Also da wären Nazis oder da wären Rechte oder die hätten einen Reichstagssturm gemacht oder was auch immer da geschrieben wurde. Sondern die Presse hat uns meiner Meinung nach einen Gefallen getan. Die hat ja alles als Querdenken bezeichnet und hat die Bewegung dadurch auch riesengroß gemacht.